Und No Scope Skype Servus Freunde und Willkommen zu einer neuen Runde von Smite Ranked Diesmal spielen wir Ra in der Midlane und Anur als ADC An sich hatten wir dieses Spiel nicht viel zu tun, weil der Anubis ziemlich auseinander genommen hat Und wir hatten Achilles im Jungle Ich weiß nicht was ihr davon hält, aber ich habe ja Achilles schon im Jungle gespielt Und ich fand ihn ziemlich broken Und er wurde auf jeden Fall nicht genervt im letzten Patch Ich weiß nicht was sich Hyrus dabei gedacht hat Mal schauen wie es sich so entwickelt, ob der zu den Top Bands kommt oder nicht Außerdem möchten wir uns bei unseren ganzen neuen Abonnenten bedanken, so wie den alten Ich hoffe wir unterhalten euch ein bisschen, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video Was geht denn bei mir gerade ab? Wieso? Hat sich irgendwas an Grafik überarbeitet? Das ist so hell und alles sieht so komisch aus Nee, das ist dann nur bei Leser Okay, komisch Ja, ich habe eigentlich Weltdetail-Skins alles Skins, Alter, ich rede nur noch in Skins, fick mein Leben Weltdetail-Skins Ja, siehst du? Hat sich doch was geändert Ich bin nicht dumm Ich wundere mich schon, was los ist Digga, aber der sieht immer noch gleich aus Wahrscheinlich, weil ich die Quali eh nicht so hoch habe Digga, bei mir ist die auf Minimo Okay Ja, Mann, es ist auf jeden Fall alles ein bisschen heller geworden Okay Okay Ich bin, wie ein Rick-Rechster, war es ein bisschen heller Entwürf ich? Sieh! 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 Was hat denn diese Anubis in seinem Arsch drin, Digga? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die rechts gemacht haben, aber irgendwas dummes auf jeden Fall. Alter, ich hatte grad echt gedacht, was ich denk. Alter, ich hatte einen Damage Buff allein. Mach ich halt einen Damage Buff allein. Halt mich. Fertig. Wann mir läuft? Hast du? Wann es? Wann, ist es? halt die fresse ich werde den an du bist erstmal ich habe echt auf den sack spaß okay denn die red buff ist wieder lage zu info okay wir pushen kann denn der mit dem was machen ich bin mit leidenschaft ja was nämlich so der kann nichts machen Wenn wir rechts jetzt eine Wave pushen, dann verlieren wir rechts. Also die hängen auf jeden Fall richtig hart im Pferde. Ja. Mit der Fehlcloth. Okay. Ne, ist wieder da. Da bin ich weg. Alter, ich wollte gerade springen und ich habe meine Ulti eingesetzt. Du hast deine Ulti eingesetzt? Ja. Ich wollte die 3 oder knapp die 4 gesetzt. Ja. Ja. Und dann sterbe ich bei meinen Ulti. Ja. 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 Mitte fehlt. Okay, rechts fehlt auch. Okay, Mitte ist wieder da. Caption daneben. Mit voller B4. Oh, ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Alles ok war ich? Ja, ja. Ich mach nur so Standard-Faxen. Ok. Warte, er hat selber Support, gell? Ja, ja. Ich hab's grad erst gemacht. Was geht links ab, Alter? Äh, links. Ok, läuft. Ok. Haha. Ja, gut. So, weg gegen. Äh, Anubi ist aber auch nicht wirklich eine Chance, oder? Ich weiß gar nicht, ob, wenn er seine, doch der Plug, äh, dann kriegt er ihn trotzdem, wenn er seine Hand ist. Oh, ich hab gar keine Beats. Oh, shit. Oh, shit. Oh, mein Penis. Oh, mein Penis. Kann ich den Snipern? Ja, back nicht vor mir, du Hure, back nicht vor mir, ist los Was macht er wieder, Alter? Oh, bitte sterbe ich nicht, nein, das war dumm Ich habe einen Snipern, ich habe einen Snipern, ich habe einen Snipern dois jetzt fünf das wird dieses spiel muss ich wohl nichts machen ja richtig die z-game gebeten zu sein Vater Ah, du bist so schnell! Oh ja, boi! Ah, du bist so schnell! Be careful! Und... No Scope Skype! Oh mein Gott! Der ist echt getroffen, Alter! Der ist echt getroffen, Alter! Ja, betrifft das echt! Oh mein Gott! Das war zu krass, Digga! Das war grad ne Chance von 1 zu einer Million, Mann! Kann man nicht mehr... Ja, weißt du, weißt du! Fick mein Leben! Nein! Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Egal, das ist ja krank, Mann! Ja, ich hab den ja im Jungle gespielt, ich weiß... Die haben den ja echt mal genervt, Digga! Die sind ja lebensmüde gebildet! Nur wenn du die Ult von mir siehst und denkst, wie war das möglich? Das will ich ja doch mal sehen! Ja! Du bist ja nicht so! Du bist ja nicht so! Du bist ja nicht so! Der wird auseinandergenommen, aber wie denn noch was? Beams von oben! Beweil von rechts! Janus fehlt, ich weiß nicht, ob ich... Ah, ich gank dich einfach mal! Eh nix zu tun! Wo ist der? Äh, hier bei mir oben! Aber der rennt weg! Warte, warte, warte! Warte, der weiß nicht, dass du da bist! Wieso hat der seine 2 gerade eingesetzt? Der spast! Der kommt gleich wieder! Der ist jetzt bei der Wave bei mir! Ich tue so, als würde ich vorher... Der ist ja eh schon gedasht. Ja. Und auch nicht. Der Arme, Mann. Ich push mal rechts. Ja, ja, push push. Oh mein Gott, wenn ich jetzt den anderen snipe, dann wäre es los. Nein, ich hab mich voll... Ein bisschen mehr nach rechts, scheiße. Junge, der haut den so weg runter. Das ist ja pervers, Mann. Ja, du bist halt weg. Die können den gar nicht gehen. Ja. 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 Oh, schade. Nein. wir haben die gerade ausgelöscht die arme die ist noch viel zu laut bodyblock janus kommt ich habe viel genug ok auto text Was machst du denn? Ach du Scheiße! Was verfreust du den Armen? Ich weiß nicht, ich bin hier nicht auf ihn geworfen. Your right tower is under attack. Your middle tower is under attack. Limitless potential. Ich hätte nicht mal da. Fa ja nicht über den Da, Fa ja nicht, das war ja était. Da war etwas auf der cassische Weise. Da war es wieder. Wir können das mit Arubis machen. Ja, locker, easy. Ich mach kurz einen Dämonen-Schwaff. Die gehen eh nicht davon aus, dass ihr das macht, Digger. Ja, glaub ich auch nicht. Ups, sorry. Also, ich denke, die Surrendern gleich wenigstens echt dumm. Ja. Ein all-seeing-Eye. Avert your eyes. Ich komm mal zu dir. Ja, der stört. Nein, Autotack nicht. Halt's, Maul. Dein Ernst? Ich glaub, ich hab ihn sogar dahin get... mit meinem Dagger. Ja, du hast ihn da reingeschossen. Ja, lass das Spiel werden. Ja. Ja. Ich hab ihn nicht. Ja, ich hab ihn nicht. Ja, ich hab ihn nicht. Oh, da haben wir Fett mit jetzt gerade. Was machen die, Alter? Die sind fettgierig auf Kills. Junge, was geht heute ab, Alter? Ich wusste dieses Portal da, Alter. Okay, und die. Oh, hier alles. Killt ihn. Glaube ich nicht. Oh, doch. Okay. Alter. Scheiße, war alles überhaupt, Alter. Ja. Braucht er schon. Alter, das war jetzt mal echt dein Ernst. Alter, ich... Digga, dieser Sniper, Janus, ich komm drauf nicht klar. Nee, muss ich sehen. Kacke spiel auf jeden Fall, wo ich einfach nichts gemacht habe. Ich auch, ich auch gefühlt nichts, Digga. Obwohl dieser Anubis mir so auf den Sack ging, er hat echt gut gespielt. Ja. 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 Ja.